Hallo, ich bin die Anni Just von der Stabstelle Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt Freiburg und wir sind heute hier an der Reinhold-Schneider-Schule, um das Geo-Window auszuzeichnen, das einen enormen Beitrag zum Handlungsfeld lebenslanges Lernen leistet. Wir, das ist die Initiative Freiburg-Liebt-Dich, die im Rahmen des Stadtjubiläums jeden Monat ein Herz für eine tolle Initiative übergeben möchte. Und deshalb haben Sie diesen Monat dieses Herz verdient und wir freuen uns, dass wir damit Geo-Window auszeichnen dürfen. Ganz herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017